Also, wenn ihr so an Nährchen denkt, was gibt es da für Figuren? Also eine Zauberin, eine Zessen hat man hier schon. Was meinst du? Kannst du das übersetzen, was ihr da gerade sagt? Ich verstehe das gar nicht. Wer soll den Rapunzel spielen? Mahaike oder ich? Ich! Ich! Ein Autobahn? Ein Autobahn. Was ist in diesem Schloss, was da so drin ist? Stiere, die tanzen können! 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 Stiere, die tanzen können!